So Leute, wir stellen euch jetzt mal ein Balkonkraftwerk vor. Eigentlich ist es ganz einfach. Vorne ist das Solarmodul und hinten ist der Wechselrichter. Und das Ganze funktioniert jetzt so, indem ihr den Stecker in eine Steckdose steckt, zack, ein bisschen wartet Sobald jetzt das Modul eingesteckt ist, erzeugt es richtig gut Energie. Ihr seht es gerade, um die 200 Watt werden erzeugt. Und hier habt ihr nochmal die ganze Sache mit aufgeholt. Das Balkonkraftwerk. Wir stellen diese Module direkt her.